Ja, hallo, ich bin Christian Walter von TradeVola und aufgrund der großen Nachfrage oder Resonanz der Candlestick-Pattern wollen wir hier nochmal einen weiteren Termin für Ihnen anbieten und zwar am 13. Oktober, Dienstag, 18 Uhr, werden wir Ihnen Programme zeigen, wie Sie in TradeStation automatisiert nach beliebigen Kerzenformationen screenen können und als Besonderheit werden wir allen Teilnehmern diese Tools, diese Indikatoren, diese Screening-Tools dann auch zur Verfügung stellen, da Sie die mit TradeStation Global oder auch mit TradeStation Securities anwenden können. Zur Anmeldung selbst kommen Sie direkt auf unsere Webseite, einfach im Bereich TradeStation Support reinklicken und hier nach unten scrollen. Da finden Sie dann die dementsprechenden Termine, nicht wundern, die Webseite wird nochmal etwas verbessert oder ein neues Update gefahren. Das kann dann durchaus etwas anders aussehen in den nächsten Wochen und natürlich können Sie sich genauso auf dem TradeStation Kalender anmelden. Hier immer darauf achten, da wir es mehreren Sprachen anbieten, dass Sie beim TradeStation Kalender dann auch Deutsch auswählen für den Termin am Dienstag, den 13. Oktober, 18 Uhr. Vielen Dank.